Ich hoffe, das ist gut bei dir. Ich will auf Deutsch noch einmal eine Frage, aber Sie können auch englisch an unseren Kollegen verstehen können. Meine Frage ist nicht über Reaktionsvertrag, aber ihre Reaktion. Die Liga, die Golden Liga, ohne verlieren. Wie finden das in Marokko? Die erste Frage, danke. Oh, ihr könntest. Er hat nur gefragt, was er macht den Titel in Marokko zu gewinnen und sein Team mit dem Titel in Marokko zu gewinnen? Das war die zweite Frage. Es war eine Frage oder zwei Fragen? Das ist eine Frage, was er macht? Was ist die Reaktion? Also, ihr fragt über die Unbeaten-Games. Das ist unglaublich für mich. Die Spieler, die Hade zu verlieren. Und sie verstehen jetzt, dass Raja in dieser Saison ist unbeaten. Und wir glauben alle auf diese Unbeaten. Weil wir wissen, und es war nicht einfach, wir mussten warten. Wir haben einen langen Zeit. Wir sind zum ersten Platz in der Tafel. Aber die Team hat immer glaubt über das. Wir haben eine Chance, aber wir müssen bereit sein. Und es war unglaublich, wie sie verbesserten in der Training-Session. und wie viel sie heute waren, auch für gewinnen die Titel. Und am Ende des Tages, ich denke, das ist die Rekord in Marokko. Unbeaten in der ersten Saison. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist nicht einfach, diese Rekord zu verlieren. Und das ist eine Rekord zu verlieren. Und dann haben wir eine Rekord zu verlieren. Vielen Dank.